Ich glaube, das sind die schönsten Siege. So einen Sieg dann zu feiern in der letzten Minute ist natürlich Wahnsinn. Das ist der schlechteste Anfang, den wir haben könnten. Direkt nach ein paar Minuten in der Ecke, aber ich habe es wieder gut gemacht nach ein paar Minuten und am Ende ist es so gegangen, wie es gegangen ist. Ich bin von rechts nach innen gekommen, habe nicht viele Möglichkeiten gesehen. Ich weiß, dass ich mit den Linken auch einen okay Abschluss hast und sind zum Glück abgefälscht und dann ist er reingegangen. Mal schauen. Bang. Ja, 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 ja. Applaus Ich glaube, das sind die schönsten Siege, auswärts gegen eine schwierige Mannschaft und dann am Ende Nachspielzeit ein Tor zu erzielen, fast das Geilste, was gibt es im Fußball. Ich denke, dass es dann schon eine sehr, sehr anstrengende Aufgabe heute war, dass wir viel Kraft gelassen haben, gerade in der englischen Woche und so einen Sieg dann zu feiern in der letzten Minute ist natürlich Wahnsinn. War ein sehr wildes Spiel in der zweiten Hälfte und dann mit ein bisschen Glück haben wir jetzt hier doch drei Punkte mitgenommen. Sonny, es war ein schwere Spiel gegen Mainz. Wie glücklich bist du gerade, dass es noch geklappt hat mit dem Sieg? Ja, sehr, sehr glücklich. Ich glaube, wir haben uns auch im Trainingslager viel vorgenommen, auch mit den Standards, dass es heute geklappt hat, es umso schöner. Wir haben bis zum Schluss weitergemacht und am Ende uns belohnt. Ihr habt euch lange schwergetan, Chancen gab es auf beiden Seiten. Am Ende ein glücklicher Sieg oder sagst du, doch, war verdient? Ja, ich glaube, am Ende doch ein glücklicher Sieg, wobei wir es phasenweise sehr, sehr gut gemacht haben, vor allem mit Ball. Ja, am Ende sind wir einfach nur glücklich, dass die drei Punkte jetzt mit nach Dortmund kommen. Es ist schwierig hier zu kommen, es ist eine kompakte Mannschaft, ecklige Mannschaft, die engen Abstande hat, die kämpft, eigentlich tief steht. Es ist schon schwierig, die hier herauszuspielen und um viele Chancen zu kreieren. Deswegen müssen wir die nutzen. Ein irres Spiel gegen Augsburg, ein irres Spiel gegen Mainz. Müsst ihr es immer so spannend machen? Ja, ich glaube, dass es heute ein ganz, ganz anderes Spiel war wie jetzt gegen Augsburg. Ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit unglaublich viel Kontrolle eigentlich gehabt haben. Wieder unglücklich irgendwie und weil wir nicht voll da waren, aus welchem Grund auch immer. Mit dem Standard-Tor gegen uns, was jetzt auch nicht das erste Mal in dieser Saison war, was wir uns auch hinterfragen müssen, eine sehr gute Reaktion gezeigt. Und dann, glaube ich, 20, 25 Minuten wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel mit Ball gemacht haben, mit zwei, drei Möglichkeiten, wo wir vielleicht sogar mit einer Führung in die Halbzeit gehen können. Und dann war die zweite Hälfte von beiden Seiten sehr wild, viele Abspielfehler. Gerade im letzten Drittel haben wir den letzten Pass nicht immer gescheit gespielt, waren ein bisschen offener. Mainz, glaube ich, genauso. Und dann glückliches Ende für uns. Wir sehen einfach, auch wenn uns gerade nicht alles in den Schoß fällt, dass wir uns die Punkte halt hart erarbeiten müssen in der Situation, wo wir sind. Und es ist ja auch eigentlich geil. Es sind geile Spiele, wenn du dafür hart gearbeitet hast, dass du da drei Punkte mit heimnimmst jetzt im Bus und es jetzt alle drei Tage wieder weitergeht. Und deswegen macht die Fahrt deutlich einfacher, wie wenn du jetzt 4-1-1 gespielt hättest. Kann so ein Last-Minute-Sieg jetzt auch noch mal Kräfte freisetzen gegen Leverkusen? Natürlich. Ich glaube, für die Mannschaft ist das was Wichtiges. Das zeigt, das können wir auch. Und da gibt es Selbstvertrauen.